Ja, wir sind jetzt seit etwa vier Jahren mit Best of Swiss Gastro zusammen, haben diese Partnerschaft in den Weg geleitet und das ist für uns eine gute Plattform und wir finden, das ist viel mehr wert, als irgendwo ein Inserat zu gestalten oder sonst etwas zu machen. Warum? Ja, weil Best of Swiss Gastro hat einen guten Ruf, wir haben sehr viele Betriebe, die dort schon gewonnen haben oder dabei sind und ja, das passt für uns so.